Es ist der größte für kleineren Zwitserland. Das ist ein guter. Wir brauchen dieses größtes. Etwas größeres. Endlich. Auf Wiedersehen. Tschau. Okay, ein paar Engländer. Gangen wir davon aus. Haben wir nicht glaubt, dass Glatt der größte Shopping-Mall in der Schweiz ist. Nicht zu klein. Die neue Handelszeitung ist hier. Ich muss denen unbedingt mal sagen, dass sie mir die nicht mehr schicken müssen. Ich lese das Ding nur auf dem Tablet. Und alles, was ich eigentlich in der Regel mache, ist altes Papier. Ich bin jetzt unterwegs, um die Apple Watch abholen. Ich habe diese vor einer Woche bekommen zum Testen von einem Kollegen. Nach ein paar Tagen habe ich sie kaputt gemacht. Leider. Also, was ist genau passiert? Simpel. Apple Watch. Microsoft Surface. 50 cm. Apple Watch. Fglich. SHbuch. HCHBB. AELLA HELLA 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 Hallo, hallo! Das ist bestimmt zu viel, jetzt kommst du nicht. Das ist bestimmt. Jetzt geht es viel langer. Ja, gerne. Oh Gott. Und das kann ich nicht gehen für den Röttel, weil du wirst das einfach einen Ersatz gehen. So ist es jetzt ein Mord. Das ist ein Unterschied. Das kann ich nicht gehen für den Röttel, weil du wirst das einfach einen Ersatz gehen. Das kommt jetzt einfach an, wie man es machen kann oder nicht. Der Ausflug war bei den 2,35,60. Es kann nur entweder der gleichen Unterschied sein. Apple Watch ist repariert. Seht doch schön aus. 219 Franken für ein Glas. Es war sonst nichts kaputt. Danke, danke schnell. Hallo. Hallo, mein Freund. Ist lange gut? Ist lange her. Hey! Ich sitze hier gerade mit dem Schuckri, dem Wirt vom Restaurant Andolino, hier in Valisele. Wenn ihr den Gutschein zeigt, den ihr hier seht, jetzt gerade im Blog, dann bekommt ihr ein Prosecco oder einen Aperol Spritz. Gratis, wenn ihr zu Abend essen kommt. Für YouTube. Ah, für YouTube. Cheers! Jetzt habe ich Kinderhüt dienst, ein 7-jähriger Neffe von meinem Schatz. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit ihm mache. Ich kann mir jetzt noch die nächsten 200 Meter etwas überlegen. Hier ist ein neues Geschäft. Im richtigen Areal. Das neues Geschäft, im richtigen Areal, kommt Ende Juni. Ende Juni, Anfang Juli. Wie heisst ihr? Wir sind Factory 1070 und sind eigentlich im Bereich Vintage tätig. Wir haben verschiedene Artikel, die wir anbieten. Bekleidung, Möbel, Accessoires. Gibt es irgendein Eröffnungsfeier? Irgendein Open House? Genau, es gibt ein Eröffnungsfeier. Und zwar nach der Sommerferie planen wir eine offizielle Eröffnung. Das heisst, wir planen einen Gästen mit ein wenig tollen Autos vorne dran. Speziell ein Auto, das wahrscheinlich die Leute anziehen wird. Das ist 15 Millionen wert. Das ist ein Ferrari GTO 330 und er wird da draussen parkiert. Sehr schön. Sehr schön. Cool, freu mich. Bitte. Und wird dann sicher wiederkommen, sobald es dann soweit ist. Daniel, was gehen wir kaufen? Salat. Bananen brauchen wir noch. Bananen oder Bananen? Die Bananen. keine Warte. Sie peso. � Eine geniale Erfindung, die den Korb eingeführt hat, gibt es in Amerika schon seit Jahrzehnten. Wohlmard und André haben das eingeführt. Und zwar hier ein Sack. Der ist gemacht. Aber wir können ihn nicht befüllen. Weil durch das andere Teil drin nicht. Das ist eigentlich absolut sinnlos. Lieber Korb, korrigiert euch das. Der macht Sinn. Lauf! So! .... ... Bis zum nächsten Mal. Das ist definitiv nicht nach Plan gegangen. Die Drohne ist gerade runtergekommen. Ich bin wieder gestiegen und voller Gas in die Wand geflogen. Es ist alles sehr schnell gegangen. Ich bin verschrocken, sie ist über meinen Kopf. Keine Ahnung. Ich bin wieder gestiegen. Ich bin wieder gestiegen. Vielen Dank.